Hallo liebe Schüler, heute erkläre ich euch das Zuwachssparen. Wir schauen uns folgendes Beispiel an. Berechnet das N-Kapital, wenn man 8000 Euro für 5 Jahre anlegt. Im ersten Jahr beträgt der Zinssatz 0,5% und steigt jedes Jahr um 0,5% Punkte. Dazu merken wir uns. Wird ein Anfangskapital K0 mit steigenden Zinssätzen verzinst und die Zinsen mitverzinst, so spricht man vom Zuwachssparen. Das N-Kapital KN kann wie folgt berechnet werden. Die Formel ist KN ist gleich K0 mal Q1 mal Q2 und so weiter mal QN und N ist die Anzahl der Jahre. Beginnen wir und definieren erstmal. K0, unser Startwert sind 8000 Euro. N ist die Anzahl der Jahre, hier 5 Jahre. Q1, der Faktor ist 1,005. Wie kommt man da drauf? Ganz einfach. Q1 ist von 100% steigt es um 0,5% auf insgesamt 100,5% und das ist als Kommazahl 1,005. Wir müssen das Komma einfach um zwei Stellen nach links verschieben. Q2 ist dann 1,01, denn die 100% steigen um die 0,5% aus dem ersten Jahr plus nochmal 0,5% jetzt im zweiten Jahr, also insgesamt um 1% auf 101%. Das Komma um zwei Stellen nach links verschieben sind wir bei 1,01 und so weiter. Die Formel lautet KN ist gleich K0 mal Q1 mal Q2 mal Q3 mal Q4 mal Q5. Wir setzen ein, für N setzen wir 5 ein, für K0 setzen wir 8000 Euro ein, für Q1 unser 1,005, für Q2 die 1,01 und dann steigt es ja jedes Jahr um 0,5% Punkte. Wenn wir das Ganze jetzt in den Taschenrechner eingeben, erhalten wir als Endergebnis für K5 8.617,23 Euro. Beispiel B berechnet das Anfangskapital, wenn man nach drei Jahren insgesamt 10.926,24 Euro erhält und der Zinssatz im ersten Jahr 2% beträgt und jedes Jahr um einen Prozentpunkt steigt. Das heißt definieren wir KN bzw. K3 sind unsere 10.926,24 Euro, N ist die Anzahl der Jahre, 3 Jahre, Q1 ist 1,02, denn 100% plus 2% sind 102% insgesamt, dann steigt es jedes Jahr um einen Prozentpunkt, also auf 103%, also 1,03 und so weiter. Die Formel lautet K3 ist gleich K0 mal Q1 mal Q2 mal Q3, wir setzen ein. Für K3 setzen wir diese Zahl hier ein, für Q1 1,02, für Q2 1,03 und für Q3 eben 1,04. Die drei Zahlen hier zusammen können wir erstmal rechnen, ergibt diese Zahl hier, dann möchte ich, dass mein K0 alleine steht, ich muss diese Zahl auf die linke Seite bringen, hier steht ein Malpunkt, also mache ich das Gegenteil, auf beiden Seiten geteilt durch diese Zahl. Wenn ich jetzt diese Zahl geteilt durch diese Zahl rechne, erhalte ich für K0 10.000 Euro. Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an Klassenkameraden und Freunde weiterempfehlen würdet. Bis bald!